Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Die UGC haftet nicht für eventuelle Defekte. Abgeschlossen. Das bringt mich wohl zur Kolonie. Ich hoffe nur, Dani ist dort. Kein Strom, aber ich werde dir die Kabel für uns haben im Generator. Die Atmen vielleicht nicht wirklich, ne? So sieht man ja, wie die zerfallen. Und so. 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 Das war's. Das war's. Ja, der Typ ist von mir auch tot. Ciao. Ja. 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 raus Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Ja, bin konzentriert, hast du es bald mal? Ja, bin konzentriert. Das ist eine Ersichtsstelle, Alter, 10.000 Viecher und keine Munition und kein Leben. Ah, aber Kontrollpunkt ist gut. Okay. Man hat ja noch nie geschlagt und dann muss man halt dann fahren, die Gegner zaubern. Es ist halt einer von anderen anlaufen und dann weiß ich das nicht. Okay. 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 Alright. Okay. Okay. Ja, den kann ich zum Beispiel jetzt mit Nahrkampf spielen, das ist schon mal Also zum Beispiel geht es in Aufbauern, wenn man jetzt eben eine Muni hat Rot? Ja Finde ich auch Die was? So, doch klar, wenn man die ausgerüstet kann Ich finde die ganz okay Boah, die stehen ja zu dritt, den kann ich nicht weg messen Ich lass die einfach Aber wo ist die Quillen? Ich wüsste mich frei, Moment Ich wüsste mich frei Bei manchen hilft echt nur Schleichen Ja 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 Die UJC steht hier zur Seite. Gegenstand auswählen. Ja, das finde ich auch. Nahkampfer haben die nicht gut geregelt, das stimmt. Ja, das Spiel ist sehr geil, aber das Nahkampf-Ding ist schon kritisch. Der Generator. Hoffentlich geht er noch. Wiederum, Schleich-Kills funktionieren sehr gut. Das hat mir gerade den Arsch gerettet in der Passage, mich durchzuschleichen und zu pehlen. Das ist wiederum in der ganzen Ordnung. Und so oft. Ja, im Game ja. Oder in Filmen. Na, da lieber nicht. Ja, das war ja auch wieder braunig, weil ich dann irgendwo nachgefuckten Nest, alter. Und ich werde nur in den Robben schicken und die Kamera-Perspektive so, dass ich meinen Typen nicht sehe und keine Ahnung, ob ich block oder nicht. Ja, wahrscheinlich im Bucky ja. Oh, komm. Oh. Oh, oh. 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 Was ist das? Was ist das? Diese Horde, die mich eben gekillt hat, da war ein interessanter Bug, wie ich die losgeworden würde. Einfach von oben abschießen, denn dann werden die halt alle wach und lennen unter mir unter so einer Bratte, die nichts führt und sie sind weg. Cool. Okay. Das war's für heute. 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 Die Dreisicherungsschalter an den Generator angebunden. Gegenstand auswebeln. Gefangenen? Achso. Ja, an sich rettest du den, glaube ich, wenn ich mich rechtern ja gar nicht, aber du musst halt die Gegner alle besiegen, damit's weitergeht. Die muss ja alle töten. Alle, ja. Ah, ist egal. Doch, doch, die musst du alle töten. Ich fand, das war gar nicht mal so schwierig. Das war's für heute. Das war's für heute. Und das war's für heute. Und das war's für heute. Und das war's für heute. Sieht aus, als wären drei Sicherungsschalter an den Generator angebunden. Das war's für heute. Und das war's für heute. Das war's für heute. Und 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 das war's für heute. das finde ich cool sind passagen wo die sind die nur hören können nicht sehen können und sich dadurch zu schleichen ist da echt sinnvoll um die aufzuwecken das cool und Wenn er auch gerade so mutiert hat, erinnert mich fast um die Wiese 2 Hm, nice. Wir haben so einen secret Raum gefunden und ein Geheimnis aufgedeckt dafür, wenn wir einen Erfolg bekommen. Obwohl wir es. Benutz mal diese Sprengfässer, wo du da bist. Das ist doch klar, die leuchten rot. Was denkst du denn? In jedem Game rote Fässer. Boom. Die Sprengfässer Die Sprengfässer Eine habe ich. Die Sprengfässer du spielst doch jetzt sogar schon mal gleich muss doch klappen ja 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 normal oh Was ist das? 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 Es geht los! Die Schnat Das war's. 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 Das war's.